So, lade nächste Stage, auf jeden Fall sind wir hier jetzt wieder am Start mit dem nächsten Dungeon und äh, ich bin mal gespannt, wie lange das anfangen, wie lange das jetzt dauert, ohne Fähigkeiten und, naja, ist ja oft normal, das sollte jetzt ganz gut gehen. Bäm, 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 Jungos sind das, aha, hab ganz vergessen, wie die heißen, so 1 von 15 haben wir schon mal, diese Bomben, ach, und es geht ja jetzt um meinen Klassenwechsel, also um, what? Ja, lass mich durch, so, du hast du Skills drin, nope, la 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 la, so, komm her, und wir müssen auf jeden Fall mal schauen, ob wir das, äh, schaffen für die Wachtung, also halt 15 Stück und welche Klasse wir da nehmen, also ich bin eigentlich ja für einen normalen Schwertkampf ganz eindeutig, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht hat Magia auch noch irgendwas ganz, ganz Tolles, irgendwie. So, la 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 la, da, da da, aber es ist auf jeden Fall ganz entspannt jetzt mit dieser Gruppe hier, und wenn ich es schaffe, gehe ich nachher auch mal zum Briefkasten, ich bin gespannt, welche Belohnung ich erhalten habe. So, 5 von 15, 18, äh, 5 von 15, 18, ist schon mal ein Drittel, hat was. So, ey, man, glaub mir nicht, die Idee ist. Ne, aber, ich hab auf jeden Fall genug, da kann ich erstmal verzichten. So, clear. Vielleicht schaffen wir das ja sogar in einem Anlauf, was bist du denn? Danger, ja, super. Aber, den zerpflücken wir mal eben, weil ich nicht denke, dass der großartig viel, also, weil ich denke, der hält nix aus jetzt. Okay, egal, ich kille einen Affen. Aua, was war das? Also, hier kommen irgendwelche Teile aus dem Boden hier, da muss man aufpassen. Oh, oh. So. Affe kaputt. Klappe zu, Affe tot, ne? Oder wie war das? Bam. Und ich glaube, das schaffen wir sogar, ja, mit einem Anlauf, wenn wir jetzt schon... Sammelt doch die Idee ein, seid ihr verrückt? Also, da ist Kirito, wie gesagt, wirklich am besten, weil er das alles einsammelt. Den möchte ich als mein Personal-ED-Farmer einstellen. Nein, nein, Spaß, natürlich nicht, Mann. Er muss mir doch nichts farmen, aber es ist nett, dass er alles einsammelt. Natürlich auch für sich selber, er ist klug. Also, muss man sagen, würde ich genauso machen. Denn ich bin ja auch nicht ne Dummste, sag ich mal. Okay, eigentlich schon, aber nur manchmal. Was war das denn jetzt für ne Fähigkeit? Oh Gott. Geil. Hat auf jeden Fall mal hier die Affen zerstört. 5 von 15 und sind wir durch. Um die Kerle im Schloss kümmere ich mich später. Erst seid ihr dran. Win! So, pah. Das reicht nicht, um mich aufzuhalten. Und damit hätten wir diesen Dungeon geschafft. Kombos C, Technik C. Ist aber trotzdem noch ein A wegen der Zeit. Und wir haben einfach nur gerockt. Das kann nur ein A sein in der Gruppe hier. Event Premium. Premium. Ne? Special. So, clear. Was, äh... Wie geht's weiter mit dem Weg des Typis, des Ritters? Äh, nicht Skills, sondern Quest. So, das war Teil 1. Bam. Äh, so, jetzt geht's hoffentlich weiter, oder? Hallo? Okay, das muss ich noch abschließen. Da bin ich jetzt auch schon fast irgendwie Level 17. Äh, was nun? Hallo? Skills? Inventar? Was ist denn neu? Achso, irgend so eine... Ja, 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 ja. Äh, Moment. Lass mich mal kurz raus. Ich würde mich nochmal bei der Pinnwand jetzt was gucken, ob wir Teil 2 annehmen müssen. Jeden Tag... Ja, müssen wir. Okay, nochmal diesen scheiß Wachtturm. Kids im Wachtturm auf mindestens schwer. Okay. Wird gemacht, wird gemacht, wird gemacht, wird gemacht. Äh, ja, dann würde ich mal sagen, wir müssen jetzt auf schwer rocken. So. Wah, verdammt. Und das sollte aber auch kein Problem sein. Äh... Äh. So. Ich finde das mit dem Chat ja immer so ein bisschen... Naja, ich sag mal... Ich pale da manchmal noch mit dem Schreiben. Das merkt ihr, glaube ich, auch. Also, ich meine jetzt in dem Sinne... Ich denke immer, also man muss ja Enter drücken, so. Jetzt schreibt man was und dann wieder Enter. Dann wird's abgeschickt, so. Kann's jeder lesen, so. Shattet man, ne? Ganz normal. Ist bei anderen MMOs auch so meistens. Aber immer wenn ich denke, ich hab schon Enter gedrückt, dann öffnet sich auf einmal 5000 Sachen, weil ich anfange zu schreiben. Und die verschiedenen Buchstaben sind ja Hotkeys für irgendwelche Sachen. Also, das ist schon... Naja. Schauen wir mal, ob wir das jetzt auch wieder in einem Anlauf schaffen. Ich weiß gar nicht, ob so viele Jungos hier... G-Cup und... Jungo, du. Ob hier so viele sind. Aber ich denke mal schon. 14 Stück. Das ist nicht die Welt. So. Clear. Dada-da-da. Chips-Krümmel erhalten. Juhu. Ich frag mich, ob wir all die Items irgendwann wirklich mal verkaufen oder brauchen. Ich werd sie alle mal aufgewahren, solange bis meine Meta voll ist. Äh, Kirito hat Kräuter geworben, wie er. Damit kann er bestimmt auch sehr viel anfangen. So. Alles kaputt kloppen. Und die Idee ist natürlich niemals... Ups. Niemals vergessen. Bam. So. Nachladen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir so ne hohe Jungo dabei haben. Ich weiß nicht, ich widerspreche mich irgendwie jedes Mal. Weil ich sag, ja komm, das ist scheiße, die ist zu hoch. Aber irgendwie, es ist halt diese Sicherheit, wisst ihr? Also ich mein, wenn wir irgendwann mal failen sollten, also wenn's alleine schwer wird, sind auf jeden Fall immer Leute da, die mir helfen. Das ist krass. Da bin ich euch sehr dankbar für. Oha. Da ist ja gerade mal meine Framerate abgeschissen. Also bei der Fähigkeit. Heftig. Von 60 auf 40 Frames. Also das ist schon... Wow. So. Bam. Geh kaputt. Put du... Ja. Ja. Reiter. So, was war das denn jetzt? Scout-Lederhose der Ausdauer erhalten. Okay. Kirito droppt hier auf jeden Fall ordentlich. Besser als ich. Irgendwie. Finde ich fies, aber ist okay. Ich mein, das ist doch Kirito. Wow. Affen, Affen, Affen. Komm her. Bam, bam, bam. So, während die anderen oben kämpfen, machen ich sie unten lang. Und Junge. Also ohne Fähigkeiten merkt man schon einen Unterschied. Das dauert halt etwas länger. Aua. Werfen die einen betroffen ab? Oder was machen die? Haut ab, ihr Lappen. So. Natürlich werde ich jetzt wahrscheinlich wieder als irgendwie... Ah, nee. Nee. Damit fange ich nicht an. Meine Zuschauer sind im Westen, von daher... will ich jetzt nichts gegen die sagen. Ich wollte... Egal, egal. Lassen wir das. Na, der nächste Stage. Oh, yeah. So, Freunde. Bats, bats. Bats. Oh, Ideen, 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 Ideen. Also dafür... Ey, Affen, steh nicht im Weg rum. Das ist ja fast so schlimm wie... Ja, wie beschreibt man das? Was gibt's da jetzt für einen guten Vergleich? Okay, hier kommt man nicht rüber. Also oben lang. Nein, aber es ist ja fast so schlimm wie letztes Mal, wo ich am Mittwoch aufgenommen hab und wir einfach mal einen Dungeon gemacht haben und ich... Naja, konnte so gut wie gar nichts machen. Wollte draufkloppen und was ist. Ja, die Gegner sind schon alle tot. Hallo. So. Wieder hoch hier. Und mal ein bisschen beeilen hier, sprinten. So. Und bam. Die Jungle schaffen wir auf jeden Fall. Bei den Affen fehlt ja auch nichts. Ach nee, die Kids. Da fehlt uns noch zwei. Aber sollten wir... Ja, das haben wir auch jetzt. Kids 13 von 14. So. Und ein Jungle jetzt gleich. Ja, ja, ja. Die Quest klappt auf jeden Fall. So. Jetzt wieder hoch. Ja, la, 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 la. Und weiter. Go, go, go. Ich denke mal, wir sollten jetzt... Ja, durch sein hier. 14 von 14. Der Weg des Ritters Teil 2 auf jeden Fall jetzt schon mal abgeschlossen. Aber wir müssen noch Willard killen. Das Kampfhäschen, oder? Was soll das sein? Ich verstehe es. Bist du, Willard? Oh Gott, bist du... Low. Das war's mit dir. Ist das überhaupt eine Jungle, ne? Ne, das ist... Ach doch, die Level 40er... Level 40er ist schon. So, Willard. Ja, schießt halt noch mehr rum. Gewonnen. Oh yeah. Also ich denke mal, wir kommen in dieser Session auch so auf Level 18, 19 oder so. Ist auf jeden Fall ziemlich nice, das Leveln hier. Wie gesagt, hat mir schon immer gefallen. Und es hat halt... Also, ich sag mal, wir werden mit dem Ardent Boy hier auf jeden Fall bis Level 60, äh, zocken. Auf jeden. Das packen wir ja wohl. Das ist ja wohl ein machbares Ziel. So, Quest abschließen. Und wir kriegen wieder EP und ED. Und ich muss jetzt jedes Mal wieder zur Pinnwand. Wirklich? 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 Oh. Okay, Dungeon liefen. Äh, Quest Teil 3 annehmen. Wir müssten 5 Teile machen, oder? War das so? Sprich mit Lilia in Elder, ja. Das ist ne... Moment. Das ist ne Quest, die ist eher machbar. Äh, bin kurz Elder. Ne? Do you know? Und so, Bro? Hallo? Hallo? Bis zum nächsten Mal. Hang on. Bye. So,-